Grüß euch, ich bin der Christian Straulhofer, wohne in St. Rheinberg-Nittelfeld und bin bei der Ausführung in Nittelfeld betätigt im Streckendienst und in der betrieblichen Erhaltung. Es geht um das Motorrad. Sehr wichtig für mich ist die Schutzbekleidung von Motorradfahren. Wichtig ist einmal der Helm, das ist das Wichtigste, was man dann am Kopf hat, die Handschuhe und ganz wichtig ist eine gute Lederdress oder sonst auch ein Trekkingdress, was es da gibt. Das kann man alles verwenden, damit man den Schutz bei Motorradfahren hat. Ich wünsche allen Motorradfahrern von der APM oder von der ASFINAG auch allen anderen Motorradfahrern gute Fahrt und unfallfreie Fahrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017